Servus, Grüezi und Hallo zu einer neuen Runde Let's Play Banished Quasi namen Neustart Es begrüssen euch Lord Helmchen und meine Wenigkeit Mr. Helvetik So, schauen wir mal wo wir hier letztes Mal stecken geblieben sind Na genau, wir haben Felder plus ein Ortschalt gebaut Würde ich sagen, wir ziehen jetzt hier gleich mal noch eine Strasse am Ortschalt entlang Damit wir hier den klar abgegrenzt haben Das sollte dann wohl bis hier gehen Ja, das scheint wohl zu passen Sehr schön, und was pflanzen wir hier an? Wir haben hier Pfirsiche Und wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir da noch Siedlings für Kirschen Welche wir jetzt natürlich hier auch gleich mal auf einem 8x8er Feld Hier ohne Platz für eine Strasse dazwischen, aber einmal halb so wild Wir bauen zumindest schon mal das Feld Weil Platz bzw. Personal, um das Feld schon zu bewirtschaften, haben wir gerade momentan noch nicht Wir haben hier einen Leberer, der rumtanzt Damit kommen wir ehrlich gesagt nicht weit Wird also Zeit, dass hier dann wie ein paar Kinder erwachsen werden Damit wir hier dann ein bisschen flexibler sind Was das Ganze angeht Haben hier ja auch Hunting Cabin und Forester Lodge in Auftrag gegeben Das muss jetzt allerdings auch noch ein bisschen warten Und ihr seht, wir haben hier 13 Erwachsene und 19 Kinder Jetzt heisst es einfach noch die Zeit aussitzen, bis die dann soweit sind Und in die Arbeitswelt übergehen Gut, in der Zwischenzeit würde ich sagen Geben wir hier schon mal noch ein bisschen Ressourcenabbau in Auftrag Vielleicht so mal in dem Bereich Und hier werden wir dann zusätzlich noch Das haben wir eh schon alles abgegrast Sehe ich gerade Machen wir jetzt aber ein bisschen weitflächiger So, ungefähr bis da würde ich mal sagen Hier natürlich auch noch Pilze, Kräuter und Beeren Das machen wir alles noch ein bisschen weitflächiger So, in dem Bereich sollte eigentlich gut sein Da haben wir nämlich eine ganz gute Ausbeute So Und jetzt heisst es halt einfach warten, warten, warten Nur die Harten kommen in den Garten Wir geben mal unsere A Ja, wir haben schon einen zweiten Das ist ja sehr gut Hier beschäftigen wir einen Aber ich würde sagen, wir warten mal noch ein Stück Oder Nein, wisst ihr was Wir diskrieren es jetzt einfach mal Wir bauen hier Kirschen an Werden einen zuweisen Und geben hier einen sechsten Arbeiter Frei Hier haben wir noch Platz Hier ist auch erst die sieben Prozent ausgelastet Das sieht eigentlich relativ gut aus Ja, so weit so gut Hier sind wir schon bei 19 von 20 Hier geht also auch bald mal die Fleisch- und die Lederproduktion los Für unseren Schneider Wird auch Zeit Unsere Klamotten sind ausgegangen Ich würde sagen, ich lasse jetzt hier einfach mal ein bisschen auf höchster Geschwindigkeit laufen Das Ganze Jedenfalls so lange, bis wir hier noch ein, zwei Laborer haben Ja, hier auf den Feldern geht's los Die Pfirsiche, die dauern jetzt natürlich noch ein klein wenig Bis die soweit sind, dass sie erntbar sind Die Kirschen dasselbe Aber unsere Bohnen Schon 56 Prozent Ertrag Die Paprikas auch schon bei 26, 27 Das ist doch mal gut Und es wird Zeit Unsere Lebensmittel sind nämlich auch bereits ausgegangen Fischproduktion letztes Jahr auf 1000 Knapp 1050 Und hier geht's jetzt los Wir haben 20 von 20 Das heisst Es dürfte dann hier auch bald mal ein bisschen Fleisch geben Und natürlich Leder Schauen wir später mal noch rein Ertrag bei 96, 97, 98 Und die Ernte geht los Sehr schön Wie steht's hier? 70 Prozent Hier haben wir letztes Jahr 596 produziert Und es ist ja immer noch Frühsommer Also das sollte eigentlich auch ganz gut hinhauen Ganz sicher mit den Bohnen Da sehe ich jetzt soweit kein Problem Aber theoretisch müsste es auch mit den Paprikas klappen So Lebensmittelvorrat wird langsam aber sicher wieder ein bisschen aufgestockt Wir gehen halt immer gleich wieder auf Null runter Aber immerhin haben wir nicht mehr zu wenig Also das ist gut Jetzt haben wir Sommer Und wir sind bei 95 Prozent Ertrag Also es geht voran Hier wird dann auch gleich angefangen zu ernten 97, 98, 99, 100 Und schon geht's los Das gibt ja dann wieder ein bisschen Lebensmittelvorrat Und sobald hier die Pfirsiche und die Kirschen auch soweit sind Geht hier auch die durchschnittliche Gesundheit der Siedler wieder etwas rauf Ist jetzt mit zwei Herzen natürlich Ja, nicht so optimal Vielleicht reicht's auch schon Wenn wir hier dann ein bisschen Fleisch haben Wobei jetzt ist gerade produktionstechnisch noch nichts los Heisst dann halt einfach ein bisschen abwarten Ah, 842 Ist eigentlich ganz gut soweit Hier bei den Fischern haben wir drei von vieren Aber das sollte eigentlich auch reichen Ah, jetzt haben wir über 1000 Passt schon Und wir sind jetzt im Spätsommer Und die Felder sind abgeräumt Also Ja, das ist eigentlich ganz gut so Und jetzt gehen die Farmer hier auch wieder helfen Bauen ein bisschen ab Dauert zwar etwas länger so Weil wir halt wirklich sehr, sehr wenig Laborer haben Ah, hier ist der Event-Lock Aber auch das bringen wir hin Und hier werden Laufenkinder geboren Aber die wollen einfach nicht erwachsen werden Naja, wir kennen's von früher Gut Aber so weit passt das jetzt erstmal Jetzt bauen die hier ein bisschen Steine ab Ein bisschen Holz Also Wahrscheinlich bis Spätwinter oder Frühling Werden hier die Ressourcen ein bisschen aufgebaut Aufgestockt das Ganze Das finde ich eigentlich eine sehr gute Lösung Dann schauen wir mal Da immer noch keine Fleischproduktion Aber das sollte ja jetzt dann eigentlich auch langsam Aber sicher Vonstatten gehen Oh, wir schauen hier mal bei den Medieval Eben hier haben wir eine Apotheke Wir haben die Bücherei Wir haben einen Friseur Wir haben den Zahnarzt Wir haben das Schwimmbad Eventuell hier Ah, vielleicht sollten wir mal eine Fleischerei aufstellen Ich glaube, die gebe ich auch mal in Auftrag Lass die aber erstmal noch pausieren Weil Mir wäre es natürlich lieber Unsere Leute Ich denke, sie würden sich hier erstmal um Um so Sachen kümmern Wie hier Die Den Förster Und die Jagdhütte Komisch Jetzt hat es mir hier wieder 19 von 20 angezeigt Naja Wir schauen einfach mal Ich hoffe jetzt einfach Die kümmern sich hier wirklich um die zwei Gebäude Karren da schon mal das Material an Und ich werde jetzt hier schon mal anfangen Den Wald in dem Bereich auch ein bisschen freizuräumen Damit hier besser aufgeforstet werden kann Ja, so ungefähr Ich weiss jetzt nicht genau den Radius Aber Ich denke mir mal So sind wir sicher auf einer etwas sichereren Seite Noch ein bisschen rauf Ungefähr bis so Und natürlich Hier oben Das können die dann auch gleich freiräumen So Sollte passen Und jetzt hoffe ich wirklich Dass die da dann nächstens wirklich anfangen Die ganzen Gebäude zu bauen Uns fehlen halt immer noch ein paar Laborer Ich gebe das jetzt einfach auch mal schon in Auftrag Wir werden dann sehen Wie schnell Da Spätwinter Gut Die Anfangszeit hier bei Bennish Die läuft halt immer etwas schleppend Weil man halt einfach wirklich Schon sehr knapp Bemessene Bevölkerung hat Gab es jetzt hier Nee Es gab noch kein Fleisch Da brauchen wir wohl wirklich erst mal Diese Produktion Aber wir haben jetzt auch eine Bäckerei Wie schon gesagt Und halt die Hunter Cabin Ich habe jetzt ja die alte Also die aus dem Nicht die gemoddete Ich hoffe jetzt mal Die wird dann auch Ein bisschen was Produzieren Ah jetzt geht es los Jetzt haben wir hier auch Fleischproduktion Ihr seht es 400 plus 9 mal Leder Das heisst Jetzt geht hier die Luzi ab Jetzt gibt es ein bisschen Abwechslung auf dem Speiseplan Unsere Siedler Genau so muss das sein Und eben wie gesagt Dieser Medieval Oder Medieval Mod Den hatte ich ja im letzten Spiel Nicht mit bei Und dadurch wird sich jetzt sicher auch Noch ein bisschen Abwechslung In die ganze Sache einbringen Weil Hier Ihr seht schon Wir haben hier doch einiges An Abwechslung auch in den Gebäuden Ebenso hier Mehrstöckige Häuser Und halt ebenso Sachen wie Badeanstalt Wir können uns das ja mal angucken Wo wir denn die eventuell platzieren könnten Vielleicht irgendwo hier oben Ah das ist etwas was man komplett auf dem Land bauen kann Wusste ich nicht Vielleicht irgendwie etwas was wir hier so ein bisschen Am Berg angelehnt Hier so an den Hügel So eine kleine Badelandschaft Aber damit warten wir natürlich noch ein wenig Oder ihr Zahnarzt Wer wird denn sicher auch bauen Ebenso den Friseur Ah es gibt doch einiges Was wir denn hier Noch auf die Beine stellen können So jetzt muss ich aber ehrlich gesagt zugeben Ich habe vergessen Den Timer einzuschalten Habe jetzt keine Ahnung wie lange wir schon aufnehmen Ich mache jetzt einfach mal noch ein paar Minuten In der Hoffnung dass dann vielleicht der ein oder andere Labor noch dazu kommt Ah die Pfirsiche die Bäume die sind ausgewachsen Das heisst da wird dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr dann auch die Ernte losgehen Die beiden Bohnen fängt sie jetzt dann gleich an Ja komm Ja genau Was haben wir da letztes Jahr gemacht Knapp 700 Nicht schlecht Und wir haben immer noch 720 Lebensmittel auf Lager Nicht schlecht Und hier Paprika genau 700 Das ist gut Dann wie kann man arbeiten Stellt sich mir die Frage Jetzt so zukunftsplanungstechnisch Ob man dann vielleicht hier eine Brücke schlagen soll Rüber in den rechten Bereich Und hier vielleicht grossflächig So bis Anfang Hügel abholzen Und dann die Stadt Hier drüben ausbauen Und dann vielleicht unten So wie wir es im letzten Let's Play gemacht haben Noch Felder Also das Ganze was wir hier rechts unterhalb Beziehungsweise links unterhalb der Stadt haben Halt nach rechts unten verlegen Damit wir hier auch Platz hätten für Was weiss ich Markplatz und weitere Häuser Ist natürlich noch Zukunftsmusik Für das bräuchten wir dann erstmal ein paar weitere Laborer Aber was wir sicher nächstens dann mal bauen müssen Ist wenn ich es gerade finde Wenn ich es gleich finde Auch die Stadthalle Weil damit bekommen wir ja dann auch Quasi zusätzliche Nomaden Die unsere Einwohner Ein bisschen Unterstützen können Was hier die ganze Arbeit und so angeht Hier geht es wahrscheinlich wirklich Das nächstes Jahr los mit dem Ernten Aber immerhin Dann habe ich ab nächstem Jahr auch Pfirsiche Wir schauen mal wie es hier mit der Produktion ging 18 Leder Und 800 Rindfleisch Nicht schlecht Jetzt hier Na es wird immerhin schon mal 18 Ledermäntel produziert Jetzt fehlt natürlich das Leder wieder ein wenig Die brauchen Ledermann Ah jetzt Produzieren sie wieder Deshalb wäre ich ja eigentlich so geil drauf Dass die hier endlich die Jagdhütte bauen Weil wir hätten dann neben Wildbrett Auch noch zusätzliches Leder Was nicht übel wäre Halt wirklich für die Kleidungsproduktion Und dann müssen wir den Handelsposten aufstellen Damit wir irgendwann mal an Schafe kommen Und durch die Schafe dann an Wolle Damit wir auch etwas haltbarere Und wärmere Klamotten herstellen können Was nach dem Verbrauch Vom Ganzen wenig Senken würde Aber eben Wir haben Ihr kennt das Problem Wir haben eindeutig zu wenig Labor Aber wir haben hier jetzt schon ganz gut was wegräumen können Also von daher Ich darf mich nicht beklagen Also Ich darf schon Bringt nur nichts Aber es läuft auf jeden Fall Kann man wirklich nichts sagen So und Die Pfirsiche werden angefangen zu ernten Das finde ich persönlich positiv Bin mir jetzt nicht sicher Ob vier sicher Ein oder zweimal im Jahr geerntet werden Oder ob die denn einfach im Herbst Jeweils Da haben wir natürlich auch recht Weil wir können jetzt langsam anfangen Hier ein bisschen Vorrat aufzubauen Sicher nicht das verkehrteste Schauen wir mal in die Statistik Ja Wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Aber Ah Ich meine Was soll's Immerhin Und ich sehe gerade Wir haben hier noch ein bisschen Neuen Wildfood Den wir jetzt hier mal Geschmeidig Abernten werden Also ein bisschen Pilze Ein bisschen Beeren Ein bisschen Wurzeln Und alles Ist hier eine nette Nahrungsmittelergänzung Für unsere Siedler Ich muss sagen Es wächst hier eigentlich relativ gut Also Da können die ruhig Nach und nach Ein bisschen abbauen So Ob uns das denn da vielleicht ein bisschen Probleme macht Oder nicht Nun gut Wir gucken mal in die Statistik Weil Ja 18 Liter 800 Trimpfleisch In der aktuellen Jahreszeit Wir sind im Herbst Also Übergang zum Winter Dann schauen wir mal Was bis Ende Jahr Ah 520 Pfirsiche Das Ja Kann man durchaus durchgehen lassen So Jetzt hoffe ich einfach mal Dass wirklich schnell Noch der ein oder andere Label nachkommt Nichtsdestotrotz Könnten wir ja hier schon mal anfangen Die Stadtplanung ein bisschen Voranzutreiben Indem wir Die Trading Post Irgendwo versuchen zu platzieren Wenn wir die Hier hinbekommen würden Ah nein Natürlich nicht Hier Ah Mist Ist Ist jetzt Natürlich Suboptimal geplant Muss ich zugeben Wobei Hier würde es gehen Ja Maximal so Aber Ist eigentlich egal Stellen wir schon mal auf Und pausieren es aber vorerst Dann kann man hier Wenn wir die Felder verlegt haben Halt effektiv Äusser bis hierher Rumpziehen Und dann Mit ein paar Lagern Das Ganze ein bisschen ergänzen Aber das sieht soweit gut aus Was ist hier eingelagert 439 Bohnen 35 Fisch 501 Paprika 44 Zwiebeln 36 Rindfleisch 155 Kräuter 486 Pfirsiche Ja Jetzt nicht Die Riesenauswahl An Lebensmitteln Aber immerhin Dies ein bisschen was zusammen Aber die Gesundheit Ist jetzt auch Auf anderthalb Herzen Runter gegangen Also Nicht wirklich Das optimale Ergebnis Aber Immerhin haben wir jetzt Ein Lebensmittelvorrat Das ist schon mal Ein Fortschritt Im Vergleich zur letzten Folge Oder auch zum Anfang Dieser Folge Gucken wir mal Was hier Letztes Jahr Alles produziert wurde Wir sind immer noch Im Spätwinter Müssen wir noch Einen Moment warten Bis wir hier Im Frühling sind Und dann würde ich sagen Werde ich diesen Part Aber auch mal beenden Dann werden wir ja sehen Wie das mit dem Zeitgefühl ist Ob ich da Gut liege Oder ob ich jetzt Extrem viel überzogen Überzogen habe Oder halt extrem viel Unbezogen Überzogen Ja Ja Wir werden sehen Ja auf jeden Fall Liegt hier schon mal Ein bisschen Fleisch rum Das ist sehr schön So und wir haben Frühlingsanfang Und wir schauen uns Jetzt mal Die Statistik an 1608 Einheiten Milch Oder Liter Oder was auch immer 36 Leder Und 1600 Rindfleisch Bei den Pfirsichen Ist es dann wohl Bei 520 geblieben Das ist aber gut Jetzt schauen wir einfach mal Ob hier Dann wieder geerntet wird Dieses Jahr Die Kirschen dürften Nächstes Jahr Dann eigentlich auch Soweit sein Das ist gar nicht schlecht Hier 700 Bohnen 700 Paprika Und bei den Fischen 1071 Ja doch Das kann sich soweit Eigentlich sehen lassen Der Handelsposten Ist bereits Soweit Geplant Hier der Medieval Budget Shop Auch Passiere ich vielleicht Aber vorerst auch noch Damit die sich hier Wirklich Oh Grundgerüst steht Das ist sehr gut Das heisst Wir können hier Im nächsten Part Vielleicht wirklich Anfangen zu bauen Ja doch Das sieht gut aus Das sieht vielversprechend aus Und fühlt sich auch so an Als ob wir hier Mehr oder weniger Einen guten Start Hinlegen konnten So Dann würde ich sagen Das war's für diesen Part Und ihr kennt sie ja Über einen Daumen hoch Einen Kommentar Ein Abo für den Kanal Würden wir uns sehr freuen Bis dahin Bis dahin verabschieden sich Lord Helmchen und meine Wenigkeit Bis so hellwetig von euch Und ich sage mal Tschüss zusammen Bis zum nächsten Mal See you Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.